und guten tag hat er gesagt wir sind immer noch gerade bei unserer neuen base da hinten steht sie ja die haben wir uns ja ergaunert letztes mal und jetzt bin ich hier auf so einem armeegelände und ich weiß nicht was mich hier erwartet ganz ehrlich das sieht hier so aus ob krieg ich gleich richtig auf die schnauze ich weiß es noch nicht zumindest sieht es hier nicht so gesund aus deswegen ich hätte gerne ein bisschen ruhe und ich würde gerne irgendwie mit einem mit einem kanister benzin nehmen aber am wichtigsten ist eigentlich dass wir schrott kriegen okay jetzt wirklich noch mal reingucken aber da ist immer nichts hätte bräuchten erst mal hinten ran so da ist auch nichts ein bisschen trinken klar ja jetzt haben wir ein kanister ort ist ja noch geiler so zack wie machen wir den nur liter den machen wir hier drin und denn ne andersrum so ein liter am war ist das viel weiß ich nicht ach zeigt den drinnen lassen mal ohne da muss aber aufpassen das ist bestimmt später mal die übel zur eigenfalle hier hier sind ja richtig viel drinnen ne füll kann und los geht's das ist ich glaubt nicht die frau steht am fenster und frisst mit einem löffel aus nutella glas ey die so verfressen die oh ich hab kohle gefunden muss gar nicht da ich reich bin ist da überhaupt hinten denn also ist hier immer so was drinnen gibt es so was da bestimmt nicht ne bestimmt nur alles fake hier an den kann ich bestimmt auch nicht ran aber da hinten gibt es auch noch schöne autos hab ich jetzt in meinen kanister eigentlich mitgenommen ne ey ich hab doch gerade noch gesagt ich muss darauf aufpassen hier ist der mitgenommen meine güte gibt es doch gar nicht ich hab's gerade noch erwähnt und dann verjesse ich ihn so null was bist du für ein blödes auto oh schrott yes ich hab schrott ich glaub da müssten wir jetzt schon fünf haben aber ich bin mir nicht ganz sicher aber wir könnten natürlich jetzt mit dem auto unser anderen stuff abholen weil so mitten im freien ich hab ja auch nicht so viel bock ganz ehrlich ist nicht so meins ist da noch ein auto oder boah übelst brutale geräusche heftig so auch noch schrott sehr schön so muss das sein und hier ja also wenn ihr mal fünf liter drinne wären werdet ein bisschen geiler irgendwie schade dass die keine animationen haben dazu hätte er gerne mal gesehen wie er das so raus lutscht falls wir ihn eher spielen weiß ich ja nicht manchmal so ein bisschen komisch so das sind die richtigen autos hier und wie kann ich hier denn auch immer voll danke katze kann ich hier auch immer voll machen und dann kann ich die nämlich auch fahren ne das heißt wenn ich den reifen herstelle und so weiter und so fort aber ich glaube so weit muss es ja nicht kommen oh was ist das denn hier batterien die 9 volt block batterien die juden fundura zellen ich habe wirklich ein bisschen angst dass hier heimtückisch einer kommt weißt du auch nicht so bei den tieren ne ob die hier ist wirklich nichts ne kann ich ja ohne kaputt machen ok ich würde sagen wir gehen erstmal zum haus dann füllen wir unser benzin ins auto und tuckern mal zur alten base moment noch viel geiler ich gehe erstmal moment wie machen wir das denn jetzt am dümmsten wir müssten ja eigentlich nicht von hier ein auto gesehen das da war sag mir bitte dass ich da ran kann das sieht doch so aus ob kann man das jetzt hier so ein bisschen auf machen ach da war ich schon dran war ja auch komplett leer komplett leer gelutscht ich glaube ich werde erstmal so das fressen habe ich überhaupt fressen 30 grad wird das hier für eine jahreszeit doch trinken und sowas ne so ich packe hier ein bisschen was rein und dann nehme ich hier trinken und pack das in die küche das ist denke ich mal der beste plan so pass auf das hier brauchen wir nicht das hier brauchen wir nicht das hier brauchen wir nicht so dafür nehmen wir hier den snack die cola das hier dose dann können wir also den hier können wir reinpacken haben wir noch was zu snacken hier den hier und das packen wir jetzt so alt in die küche das hört sich nach dem plan an so und bevor ich verjässe wo machen wir das den ersten schrank ne den nicht dann ist nämlich schon ein bisschen geiler so können wir ja aufteilen ne unten ist das essen und oben die getränke oder sowas nur so so rhythmisch wegen damit man denn auch weiß weil normale sind ja auch so ne die teller ja obwohl teller und tassen fehlt man da oben ja ich weiß so wir haben jetzt hier gute 6 liter drinne das klingt doch noch was drive ach ne drive oh jetzt sitzen wir drinne so was können wir ach du scheiße wa ich geh mal nochmal raus wie kann ich denn raus exit car ö was ist denn jetzt los hier oh nö wa kommen die jetzt hier schon ey das war doch gerade gar kein nebel sind jetzt hier schon welche da ich hoffe nicht dass die hier rinkommen ach stopp mal ich muss im auto ich muss äh meine waffe und sowas holen ne weil wenn die jetzt wirklich kommen hätte ich gerne so wenigstens ein bisschen munition ja ich weiß ja jetzt nicht ob die hier so umschleichen aber erstmal tür zu können wir ja eigentlich die waffe mal ausrüsten machen wir mal auf die vier ach da unten 5 und 5 unter mein gesicht oh das ist aber ganz klein warum ist denn die skalierung so klein bin ich mal gespannt ey kommt hier jetzt so ein so vollheld hier angelatscht oder nicht so weil wenn das jetzt 500 Jahre noch dauert wie war das damals nicht so gewesen dass man die Vögel nicht mehr hört und dann geht's los ja weiß ich nicht mehr die gute ist ich hab fünf Schuss das schlechte ist äh ich hab nur fünf Schuss ich glaub ich renne jetzt hin und her und hol mir erstmal den ganzen Staff können ja hier auch noch ein bisschen einlagern ne ich guck mir erstmal so ein bisschen weit weg die vielleicht kann ich ja schon anfangen zu bauen weiß ja nicht so erstmal das hier alles ach da sind sie ich hab's gesehen einer ist da gespawnt da da läuft er der hat sich aber jetzt so ein bisschen verschnupft angehört ne der liebe Freund uah ok das war ein schneller fünf Schuss ok alle klar am besten der kommt noch rein kommst du jetzt rein? ei 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 sind da keine Freundlichen ich mach jetzt ja nischt mehr ich bleib hier jetzt stehen ich mach nischt mehr hier sag mal war hinten meine Tür offen? ach ne da ist auch ein Fenster offen ist ok repair bräuchte ich ein Brett? habe geh nicht wie lange ist denn jetzt hier Nebel? oder muss ich mal skippen hier? da unten läuft wieder einer aber viel vertragen die ja nicht das ist ja wiederum das Jute boah bei der Waffe habe ich mich vorher erschrocken ich dachte wäre Einzelschuss und nicht hier also damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet das war für mich jetzt ein bisschen hm komisch läuft der hier nur lang? da ist er Herbert kommst du rüber? Karten spielen ich habe auch ein Geschenk für dich in der Hand eigentlich wird der ganz cool ich würde gerne wissen ob da welche sind oh kipp mal das ist der einfach so von mir gespawnt das Herbert ist jetzt weg er glaubt der ist einfach hin und her gespawnt ne da läuft er noch was ist das denn? switch oder was? hat der ein glitch? oh kate bist du denn so verrückt? ja die frage ist wirklich nur ob man jetzt hier so wartet oder ob ich das immer so ein bisschen vorspule da ist ja auch einer ist hier auch einer noch zu sehen? also jetzt ganz ehrlich hier von links nach rechts laufen ja auch keinen Bock wenn ich jetzt mit der Axt hier gegen das Fenster ne? baller ist das denn cool oder ist das denn nicht cool? und wie lange geht denn das immer? jetzt haben wir 13 Uhr och meine Gesundheit ist ja eigentlich unten was kann ich denn machen? kann ich mich nähen? bin ich jetzt irgendwie komplett kaputt? ne also ich bin jetzt nicht im Arsch mein Hemd hat richtig viel gehalten aber ich könnte jetzt nichts machen ne? ne sag mal was machst du denn da? gehts hier nicht gut? ihr seht nicht was da ist ne? aber da der macht sich da ich wieso ne aber komische Geräusche ab wann krieg ich den Skillpunkte hier eigentlich? hab ich hier irgendwo so so eine Anzeige dass ich irgendwas machen kann also irgendwie ach guck mal hier gibt es ja noch mehr ach ich bin ja lustig dann guck ich mir das hier jetzt noch mal genauer an also hier können wir ein Cooking Pot machen ne? und dann hier so ein Trockengestell Grillstand können wir machen irgendjemand läuft hier ziemlich nah dann können wir hier noch einen Generator machen was ist denn das hier? was ist das? irgendwie haben sie vergessen da was hinzuschreiben ne? auch gar nicht irgendwie Funkstation oder keine Ahnung so ne Bergbank ich glaub wir können mal beide machen so denn hier ne Schmiede denn was ist das hier? ne Destille oder? ja ne Destille ist das denn eine Sägemaschine Repair Bench ein Brandofen und eine was? Reloading Bench Reparatur hier sind die Häuser die hatten wir ja schon angeguckt einfach, einfach, zweifach ist das ein Doppelhaus? falls man sich deteilen möchte ne? mit irgendjemandem die Laternen die hatten wir ja schon mal gesehen irgendwann denn natürlich wenn man so Neues bauen und hier gibt's auch noch Pflanzen Fabrik Pot Medium Water Capacity can be used to water one plant okay Garden Table Garden Box dann können wir dann schön anpflanzen und hier ich weiß nicht ob hier hinten ach hier gibt's ja auch noch so viel guck hier vorne nochmal durch hier gibt's ja auch noch da können wir oh hier so ein Gehege bauen hier können wir noch Abwehr Dinger bauen und Treppen und ein Watchtower und hier für die kleinen schicken Dinger einen Hühnerstall und Waterfeeder einen hier, damit die selbstständig saufen können sonst haben wir hier nur Kühlschränke okay was haben wir hier denn ah hier die die wollte ich doch hier sowas eine Staubox oder sowas kumisch hat sie da vorne in Schatten so hier sind noch Table Shares und Dummy okay okay dazu auch immer sind die jetzt wirklich immer noch da? rufen die hier noch rum? Herbert guck mal hier mal raus ob hier noch ein Herbert läuft eigentlich ist ja hier noch wir haben uns jetzt ja uns alle angeguckt jetzt wär ja eigentlich auch mal Zeit dass das hier halt vorbei ist hier sieht's nicht mehr so aus ob er hier irgend einer ich will ja nicht ob er mutig sein wollen ich geh nochmal hier gucken nee da ist noch einer da guck mal wenn der mich sieht dann äh kommt er hier an und glaub denn sterbig also machen wir lieber dass er mich nicht sieht sonst äh ist das ein bisschen doof oh ich will gar nicht runter der klingt aber auch so überhaupt hat er schon Hunger oh ne oh ne sap hat der meine Veranda voll irgendwas macht der doch da unten ne ich trau mich gar nicht runter geht der mein Leben auch von alleine wieder zurück oder muss ich hier irgendwas hier pass mal auf wenn ich kann ich hier nichts nehmen das hier safe bei uns drink for a temporary reduced pain the boss cold beer into the alcohol making a bandage ah ok oder Molotow also daraus kann ich denn ordentlich was bauen ich würde gerne crouchen oder so bin ich jetzt leiser ja ein bisschen jetzt kommen wir schleichen uns mal da unten und fressen Dosenfutter alter alter der läuft ja direkt im haus oh ne oh ne also das ist mir ein bisschen zu gruselig die ganze ne naja ich hätte keinen bock wenn ich sterbe bin ich denn wirklich tatsächlich tot oder ähm ne so cool oh der läuft da wirklich dran vorbei ne wie ein!". oah Mist aber jetzt ist das seil weg ne so der Enna hat hier noch Zucker bei achso ich kann keinem Zucker mehr nehmen so pass mal auf wir machen hier jetzt drin das trinken und nehmen uns hier ich glaube ein snack und den können wir jetzt essen vergeht aber so ein bisschen zeit und dann mal hier so eine cola und trinken die auch noch leer aber meine gesundheit sieht jetzt immer noch nicht besser aus der nebel geht doch jetzt weg oder das sieht doch so aus jetzt guck mal jetzt schon wieder gut könnten bitte die vögel anfangen zu zwitschern ach der ist auch umgefallen ach von wegen der ist umgefallen ich bin ja mutig die vögel sind da okay so machen wir mal unser vorhaben jetzt alle ehre aber komisch dass auf einmal denn alle da ist so start your engine ich kann was fehlt denn hier noch ach da fehlt ja alles ach ich bin ja ich hab noch nicht mal reifen oder so hier fehlt ja alles ich kann ja gar nicht fahren damit ach das ist aber mies aber ich würde trotzdem als base haben so das heißt dann laufen wir eben halt alles ich dachte wir können da jetzt schön tuk tuk da rumfahren aber nö ich hab wirklich ich hab felsenfest dran geglaubt ne so hier machen wir erst mal nee stopp mal stöcker nicht hier machen wir das ganze rein vielleicht noch nee nee set nicht nee set kommt erst mal hier so rein so und hier kommen steine und dings rein stöcker steine und wie auch immer so und dann haben wir ja noch sonderware die kann hier vor aah katze sonderware wenn mich kein piech erschreckt dann ist es wenigstens die katze ne so von wo kam ich kann doch von da ne oder ich bin mir eigentlich felsenfest sicher irgendwie von hier so kam da war links und rechts ein haus und dann sieht es eigentlich besser aus das jute ist ja wirklich mal im gegensatz zu anderen spiele dass die stamina jetzt nicht so in po geht wie sonst was bei manchen denkst du dir einfach nur vom programmierer her so klar die müssen sie zu erfinden aber dass ich hier nach 20 meter dermaßen kaputt bin ist jetzt eigentlich auch nicht so vorhanden und jetzt hier war ich doch schon überall ne ja hier der teig schon halt leer geplündert wo ist jetzt hier meine das ist das feindliche das ist auch was feindliche und wo ist das freundliche also feindlich sieht es hier gar nicht aus hier ist auch ein auf ich glaub hier ist ein motor da kann ich ja doch schnell irgendwie woanders hinfahren schneller als gedenkt weiß ich noch nicht erstmal aufheben k motor wie viel ist denn hier drin ist noch nicht mal noch nicht mal ein bisschen was hier ist einfach nischt 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 noch nicht mal reifen hat die blöde karre und ich weiß immer noch nicht wo ich bin wenn ich mich jetzt ganz doll verlaufe wird es natürlich ein bisschen lustig aber das sieht aus wie das böse lager eigentlich ich weiß nicht hundertprozentig aber ein bisschen sieht so aus und das hieße wenn das böse lager ist ist da ein haus ach du kacke wer ist er denn ich wollte das nie und ich würde nicht wo ist denn jetzt mein altes lager eigentlich mit der auto wäre es viel leichter da würde ich hier einfach durchfahren und dann wäre gut es haben wir heute schon wieder neblich wollen wir verarschen jetzt hier noch mal neblich wird es aber nicht mehr so lustig akima jenken messer wenigstens ein bisschen hallo was hat streichhälter ja streichhälter gehen immer hinter dem gebäude gucken sieht das so aus ob wir wieder neblich ne ich glaube dann hat ein großes problem weil dann weiß ich echt nicht mehr wohnen ich weiß nicht ob ich mir das ein bilder aber das ist doch das haus von wo ich los hä das habe ich doch hier blöden ey okay ich weiß nicht wo ich bin beziehungsweise wo meine alte Base ist ich bin doch hier oder bin ich von da hinten gekommen das ist die Zufahrt okay ey total Orientierung ist gleich ich dachte ich komme von der Seite hier oder kam ich von hinten aber ich habe jetzt ich dachte ich oder von da nee war das so eine fette Straße ich habe keine Ahnung ich habe keine Ahnung also nicht mal ein Stück nicht mal ein bisschen also auf jeden Fall nicht von hier ich kann mich immer erinnern wie das aussah oh habe ich mir erschrocken wie hier ist nichts drinnen jetzt wollte ich hier als Überraschung das letzte bisschen Toilette hier noch erkunden und dann ist hier gar hier ist ja gar nichts ja was soll ich denn mit dem Brunnen bringt mir nichts auf jeden Fall Hauptstraße und irgendein okay ich bin mir sicher dass wir von irgendwo gekommen sind und wo wir herkommen das werde ich auf jeden Fall noch ergründen beim nächsten Mal bis dahin ja sehen wir uns einfach ciao ciao